Hey, was ist das mit der Junge? Er hat's auch nicht grad stehen geblieben. Komm! So und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA Custom Maps und ich hau direkt mein Mikrofon und Klein ist dabei. Ja, ich nehme jetzt momentan ein paar viele Freunde ran. Ich habe jetzt auch so eine kleine Skype-Gruppe eröffnet, wo alle Kontakte von Dingens drin sein müssen. Alles klar, du bist gleich aufgesprungen, was soll das? Ja, so geil. Ich sag mal so, ich habe für Klein extra eine, ich sag mal jetzt eine leichte Custom Map genommen. 76% ist wirklich leicht. Also ich schätze mal, dass sie leicht wird. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also ich... Das ist irgendwie so ein gigantischer Wall-Ride sozusagen. Ich weiß es selbst nicht. Oh, jawoll. Da kommt es doch schon. Äh, wir fangen aber viele Elemente an, wenn ich euch das mal so sagen darf. Ich habe so viele Videos schon gesehen, wo hier irgendwo was anfängt. Alter mit Flip, Alter, wie geil ist das denn, Mann? Huiiii. Nein! Verkackt. Das ist aber also wirklich nicht schwer. Dafür ist der Schirm breit gemacht. So. Oh. Fuck. Fast. Als ob ich das, als ob ich das gerade verkackt habe. Oh, aber Klein. Ich bin explodiert. Nein, nein! Alles klar. Ach Mann, ich fahre immer zu weit oben, dass ich dann da unten nicht reinfahre, ey. Das ist stofig. Klein, du schaffst das. Ich glaube, ich fahre jetzt ohne Scheiß mal mit Ding mit Maus und Tastatur. Fuck it! Mann, ne. Ja, mach ruhig mit Maus und Tastatur. Ich würde es dir empfehlen, weil irgendwie ist der geiler. Ich sag mal, mit Controller sind einige Sachen leichter, aber einige Sachen sind schwerer. Frage ist jetzt, wie respawn ich mit Maus unterstützen? Komm, jetzt aber. Geht doch, hab ihn. F gedrückt halten. 2F. Aua. Huiiii. Nochmal ein extra Sprung hinterher. Als ob ich auf die Gegenfahr. Ich war einfach gegen die Container, was sollt'n wir? Also ich denke mal, wir machen dann noch eine Map hinten ran, weil das ist wirklich Pipifaxi-Scheiß hier, Alter. Ja, für dich schon. Klein ist auch gerade mal Level 9, also von daher müsst ihr nicht zu viel erwarten von ihm, dass er das First Try oder so schafft. Er ist doch sozusagen in der Übungsphase. Ich bin es zwar immer noch auch in der Übungsphase, wenn ich jetzt zum Beispiel Level Asian Maps zacken sollte, wie ihr jetzt zum Beispiel gestern gesehen habt. Das war auch so ein Problem bei mir. Aber, äh, so normale Maps, so normale Custom Maps sind, äh, ich sag mal jetzt schon relativ leicht. So, G-Map. Also? Also? Und, bist schon weiter gekommen, als bist du aufhört? Ähm, also ungefähr nicht. Okay, das freut mich, das hört man gerne, dass du es schon so weit gekommen bist. Ja, ja. Ich komm mal dann wieder zu dir, ne? Ich bin schon Runde 2. Also? Ich hab's bis zum Flip geschafft. Oder bis zum zweiten Teil, ehrlich gesagt. Oh, 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 oh. Bist du jetzt der zweite Teil, oder? Aber dann hab ich verkackt. So, hier. Habt ihr, ob du jetzt schon in der zweiten Runde willst, Mann? Ja, ich bin gleich bei dir, oh Gott, das war Fail. G-Grad nicht da, der Ernst. Aber, ich fahr hier aber gerade den größten Scheiß zusammen. Ich... Ich will jetzt mal, ich will mal... Ja. Äh, hützend. Beste ich, ähm, unter, unter, ähm, dem, dem... War-Ride ist... Der Ding. Es ist ja... Wohnungen und Pools, wenn man da reinspringt. Ah, fuck. Ja, genau. Uh! Gab's? Hast du ja? Nice. Halleluja. Ich bin auf dem Dach gelandet, alles klar. Ja, ich auch. Jetzt auch. So, Second Try vielleicht? Hab ich gehört? What? Second Try easy, get wrecked, Anna. Haha. Ja, ich lande auch wieder aufs Dach, oder? Ne, davor, genau. Okay, schön. Komm ich jetzt überhaupt raus, Mann? Ja, geht doch. Ey, perfekte... Ey, der Fall plant, Mann. Oh! Fuck! Fuck! Rähne, ich hole dich noch ein, Mann. Ich überrunde dich noch. Schnee ist... Glaube ich sogar halt echt noch. Hahaha. Alles klar. Ich war extra still, dass ich nichts sage, und... Hahaha. Ach Mann, Salve, was soll denn? Was soll denn? Damit hat sich das überrunden. Halt, spielt euch hier die ganze Zeit so hässlich rum! Hahaha. Damit hat sich das geklärt. Gut. Ach Gott. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt von der Zeit gewöhnt, aber das ist scheiße. Hahaha. War... War auf jeden Fall ein ganz hübsches Ding, aber... Ist für meine Anspruch hier jetzt ein bisschen zu einfach. Aber für... Ich hab's extra für klein gemacht. Hahaha. Gut, wir sehen uns in der nächsten Map. Bis gleich. Willkommen zum Wasserparcours. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hahaha. Alles klar Ihnen. Hahaha. Seit wann ziehst du deine Abonnenten? Ne, also ich mein jetzt bloß da einfach so ne kleine Einführung gemacht. Ähm. Ist ne Map für die Losers gebaut. Mal gucken wie die so wird. Ach du Scheiß. Weißt du was ist zatt hier. Äh. Äh. Komm zieh man. Ich muss... Also eigentlich sollte man den Sand King XL nehmen. Was hast du für den Wagen genommen? Den hab ich auch. Okay den hast du sogar. Hä? Was ist zatt mit der Junge? Er hat's auch nicht grad stehen geblieben. Äh. Komm. Ja was ist das? Ja was ist das? Äh. Mein Wagen ist abgesehen. Ja. GG. Ich glaub meiner auch. Ne sonst wirst du resetet jetzt gleich hier automatisch. Alter was ist zatt mit der richtige Flut hier. Richtig krasser Tsunami. Ach ja ich hab's. Ha. Ja. Solche Maps. Warum suchst du dir auch genau solche Maps aus? Ich find's witzig auf jeden Fall. So auf jeden Fall mal was anderes. Ne ganz geile Idee. Oh Gott. Alter wie krass zu dem. Äh. So tief bin ich noch nie im Wasser gefahren. Wirklich nicht. Was machen wir da mit? Was ist zit? Hä? Wohin? Ich seh die Strecke nicht man. Das haben wir jetzt hier lang ja anscheinend. Äh. Komm. Zieh rum man. Ich kann nicht lenken wegen dem. Wasser und ich bin abgesoffen. Hey wo bin ich denn? Alles klar. Ja läuft. Hier ist kein Wasser. Ich hab grad einfach komplett den Überblick verloren. Ja macht die ganze Zeit schon. Find's aber auch witzig. Dass die Musik aufhört. Weil ähm. Ich so tief ins Wasser bin öfters ne. Jetzt ganz kurz wieder weg die Musik und dann. What the fuck. Äh. Zieh. Zieh. Zieh Mann. Hallo. Du. Was bist'n du für'n Weg gefahren? Der rechte oder der linken? Da gibt bloß ein. Ja. Ich klein fest den richtigen. Äh. 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 Ne. Es gibt doch zwei. Das ist aber extra so ähm. Dass du den. Rechten nehmen musst. Weil links äh. Die Strecke aufhört. Ey du kleiner Wichser du. Ich hab nen Platten jetzt. Oder? Ja. 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 Ein Reifen ist weg. Ich bin über den Checkpoint rüber geflogen. Was ist denn bitte los? Komm. Rückwärts fahren. Ja. Und Respawn. Ich hab nichts gemacht. Respawn. Ach lol. Ja ne. Ist klar ey. Gott. Der baut solche Drecksmaps. Ich find die ganz interessant. Ist mal was andere. Ah. Nein. Nein. Ja. Irgendwie. Ja. Mann. Hahaha. Tollte es zeigen. Rache für den, äh. beschossenen Reifen. Mann. Ich komm mir nicht weg. Alter. Ja. Da komm ich nicht weiter ey. Du schaffst die First Rail. ist klar kleiner huchen sohn mann nein das ist extra so ein spezielles ziel mit der einfach nur ist nicht böse gemeint gegenüber seiner mutter oder so er weiß es auch nicht dass jetzt irgendwie meint ja du hast deine mutter beleidigt was ist das hier hallo klein zieht mich erst mal ab und ist klar du machst schöne pirouette nein das bloß wegen dem looping so ich bin jetzt vor dir gott mit dem cent king spiralen auch mann ich hab diesen drecks looping nicht machst du fein klein machst du gut ich überspringe den looping und mich nicht richtiger bad boy gangster kommt schon ich muss ich respawn ach komm na wo ist er auch da ist aber den spiralen viel spaß er kommt schon man diese wellen alter nein kommt sie bevor die welle kommt kommen sie durch da ja man auch fahr doch einfach und kümmer dich um deinen eigenen scheiß alter und schieß mir nicht die reifen mann mann du kleiner wichser junge jetzt habe ich schon wieder zwei zerschossene reifen mann sei denn der müsste ich glaub da hinten da kommt das ziel oder nahe mann was ist mit schwimmen hier ein bisschen rum sie okay ich sauch gleich wieder ab merke ich mal ne ok noch nicht glück gehabt hatte ich recht ja ich hatte recht weil das geht gerade wieder zum start zurück wir sehen uns gleich bei der nächsten web willkommen zu feucht bis trocken das ist einfach eine map von gta die so heißt wir spielen jetzt einfach mal eine ganz normale gta mappt das einfach nicht ein cunning suns rennen oder ähnliches sondern einfach nur normales gta rennen wie früher old als ob du so scheiße schneidig mann ja ist super start musste einfach bei go ähm gas geben davor gar nicht der wagen fährt sich aber mega geil finde ich und der sieht so geil aus der wagen wirklich nein musste einfach sein musste sein habe extra darauf gewartet ja warum habe ich gerade xp oder ep oder ich weiß nicht wie das hier heißt bekommen äh keine ahnung habe ich aber auch beschleunigung wie kann ich denn die beschleunigung ein e hupen sozusagen e ich weiß trotzdem noch nicht wie ich zurückschieße ok soweit ja ok ich weiß es wie denn wie schießt du zurück hä wie schießt du zurück mit den raketen mann ach so mit den raketen ja ach so ich hab gedacht mit den normalen ne das ist ja normal halt ne ich habe mir eine sterne bekommen ich glaube nicht ich bin mir aber gar nicht so sicher ich will es nicht ausprobieren klein komm doch mal ich warte mal ich warte mal du warte ist gar nicht das ist ja gerade ich fahre wirklich nicht schnell muss man sagen upsie fehler als ob es der motor sind über geld aus am motorraum schön aus modelliert ach gott scheiße haben wir gerade einen traktor entgegen gekommen hehehe hehehe ne wo fährst du hin bitte alter hehehe ab ins nirvana ab ins nirvana ne aua auto ja als ob ich gerade den checkpoint verkackt hab gut so ich bin ja am checkpoint vorbei gefahren alles ich hab einen platten also äh einen reifen weniger ja ich hab zwei ich hab grad zwei mehr weniger wo muss ich hin ich hab einfach diesen scheiß checkpoint überfahren weil ich auf dich geschossen habe alles klar ist doch gut aua ich war ein traktor ich dachte ich schaff es noch vorbei achso stimmt ich musste ja dem traktor da ausweichen stimmt ja da war was ja da war ja was stimmt ja ja wieso liegen hier bitte waffen rum ach die kann man aufsammeln während man fährt ok wusste ich auch noch nicht ja nitro vorher gesagt boost ich bin grad mit voller kanne mit einem boost gegen ein auto gerankt hehehe bei dem hat's ja schon mal alle scheiben raus geholt boost voll durchziehen mit einem platten bin ich immer noch unterwegs ne ich respawn so lange nicht bis du irgendwie da bist oder ich mich irgendwie selbst zerstöre oder so keine ahnung dann mach mal langsam ach wieso das sind zwei runden alter du bist ohne scheiß gar nicht mehr so weit weg ja da hast du recht unser schweizer weg auf jeden fall ja aber ähm ich fahr auch gerade in übelsem bullshit zusammen und aua ja ich grad auch hallo man fahr zusammen man fahr zusammenstoß mit nem auto ja ich voll gegen den baum gesprungen halt so voll im sprung ey mega geil kannst doch keinem verkaufen man oh nein ich bin durch den baum durch wo komm ich den check fort nein läuft voll verfahren ey ach man ey ich bekomme ich noch ja du bist ja schon wieder gleich bei mir leider gegebenenfalls nein ich bin da einfach gerade ausgefahren wo du gerade warst ich finde mal so ne normalen rennen sind auch mal ich sag mal jetzt relativ interessant es ist einfach mal ein bisschen abwechslung reinbringen in die ganzen Cunning Suns rennen und alles sowas ja die wo du da so bringst alter geh doch weg danke ist das scheiß wieder voll gegen den gegenverkehr ja gegenverkehr ja gegenverkehr gut ach man ey so auch ein scherz ne lol hallo hacktet bei euch man man willst du mich komplett verarschen alter weißt du weißt du da stellt sich den grünen ramme ich weg aus versehen ich dachte ich krieg den mit so einer rakete ne fahr ich nochmal gegen den er ist tot ne will gerade losfahren auf einmal stellt sich eine orange wagen vor mir halt so und ich komm nicht weg denn fahr ich zurück und will ein bisschen weiter links fahren weißt du was er macht er setzt den rückwärtsgang rein und fährt genau in die Richtung ey ist so lächerlich gewesen ne oh ich liebe diesen spoiler in dem wagen ey der sieht so krass fett mega geil schick aus diesmal beende ich das rennen das erste rennen das ich jemals in meinem leben beende das ist grad nicht dein ernst das ist grad nicht dein ernst das ist grad echt nicht dein ernst doch doch keine sorge als ob ich nicht auf die schießen kann nein das ist du loser ich will doch bloß mann ich will doch bloß den reifen von dir treffen man aah bist du so weit vorne das gibt das doch nicht ey jetzt gewinnst du sogar das ding wahrscheinlich neu ach nee ey das gibt das doch nicht ja läuft erst mal schön mit dem boost mir klauen ne ja das ja schon du brauchst ihn ja nicht bei den ne ey lass mir doch mal in ruhe man mann es gibt es doch nicht jetzt bist du gleich im ziel ey aah scheiße was mach ich denn hier oh ey das war ein stand warum nicht jetzt wartest du noch vom ziel ach mann dann war es das mit der aufnahme lasst eine positive bewertung da falls es euch gefallen hat wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaut auf jeden fall bei klein vorbei ist unten in der beschreibung verlinkt ja bis dann tschüss 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 tschüss